Nur noch eine Stunde und 30 Minuten. Wohl eher noch zwei Stunden. Aber wer zählt die schon? Wie viele Stunden hast du noch auf der Uhr? Sechs Monate. Deine Mom ist ja auch keine große Anwältin, die für Manipulationen von Beweismitteln ein bisschen gemeinnützige Arbeit rausholt. Du hast doch gesagt, sie hätten jemanden getötet. Das glauben die Cops. Sie können es nur nicht beweisen. Die Cops sind so dumm. Wir haben gar nichts getan. Red nicht mit Ihnen, Emily. Ich rede mit wem ich will. Nein, tust du nicht. Und wer will mir das verbieten? Oh Mann, ich kann es nicht mehr hören. Haltet beide die Klasse. Hast du wenigstens über meine Idee nachgedacht? Lieber schlecht, als wir verhaftet wurden. Das ist immer noch schlecht. Endlich haben wir was in der Hand und dann sollen wir es nicht benutzen? Man kann mit einer Klapperschlange nicht verhandeln. Oh doch, wenn man etwas hat, was die Klapperschlange wäre. Können wir vielleicht auch von über Schlangen zu reden? Hör zu. Wir lassen uns auf keine Geschöfte mit A ein. Basta. Vielleicht gilt das für dich? Wir haben ja auch keine Anwälte als Eltern. Was meinst du? Deine Mom hat uns hier zur Seite gestanden. Aber wenn sie es schaffen, uns Ellys Tod in die Schuhe zu schieben, haut sie uns doch alle in die Pfanne, um dich zu retten. Und du würdest mitmachen. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Halt mich los. 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 Halt euch, Ladies. Halt mich los. Halt mich los. Hey, soll ich beruhigen? Lass mich los. Hier, wir nehmt euch die Kinder. I think I'm in trouble Trouble again